Was hast du denn da schönes gemalt? Ein Schmetterling, die ist eine Frau. Ich glaube, du bist ein Schmetterlingsprinzessin. Ja. Jetzt sehen wir mal eine Geschichte über die Schmetterlingsprinzessin. Das weiß ich nicht, wie eine Weingeschichte geht. Weißt du nicht? Nein. Das ist mir doch ein Märchenbuch. Ein Märchenbuch? Was ist das? Das Buch? Das sind lauter Märchen. Die von Schmetterlingsprinzessinnen. Schmetterlingsprinzessinnen? Ja. Schmetterlingsprinzessin. Schmetterlingsprinzessin. Nachts, wenn du schlafen gehst, umgehen all deine Wünsche in Erfüllung, alles was die Wünsche in Erfüllung. Die Wünsche in Erfüllung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020